Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpften. Die Mission lief nicht wie geplant. Okay, ich hätte das noch gedacht. Ich wette, das würde er auch. Erinnert mich so ein bisschen jetzt an den Anfang von der Humvee-Mission aus MW2. Ich bin immer noch der Meinung, das war die erste Mission in dem Spiel damals. Muss ich nochmal zocken. Dürstige Freunde. Shadow 2, ein Gold Eagle Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7 Zulu. Keine Probleme, Kommando. Okay. Liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen. Eagle Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Ericsson. Was ist los? Da ist dein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Graves, Vance, Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Tja. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Verschwinde da! Los, aus dem Weg! Das gefällt mir nicht. Dein Arabisch ist furchtbar. Yatta Harak! Bin völlig, bin völlig! Di Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Bin dabei. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus, Herr? Vance, Di Paolo, los, helft ihm schon. Digga, bin direkt los hier. Weiß es so, euer Frei, die Paolo. Werst du Fink, da sind diese Typen. Zurück, zurück! Alle Einheiten, mit Kontakten, mit Kontakten, mit Kontakten, mit Kontakten, mehrere Tote, Kontakten. Leitet die Betreuung aus, Dettel. Ihr Troll-Ebel-Kommando. Verliert die Fracht auf keinen Fall. Aufgehoben, in die Gebäude. Auf dem Platz! Ja, das ist definitiv eine Ohrarm. Wir brauchen Verstärkung! Romando, meine Jungs werden durch Löcher. Sie brauchen Luftunterstützung. Können wir nicht, Grae, doch das nicht. Misch, Mutter! Sowas habe ich da auch in Erinnerung, als wir in einem Humvee gesessen haben. Irgendwo, glaube ich, im Mittleren Osten war das damals, ja. Erichson, Rents. Rents. Fuck. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wir müssen die Situation eingedämpen. Das heißt, keine Berichte über diese Operation. Graves! Wir kamen ihn zu nahe. Und das würden sie nicht zulassen. Drei Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur zwei gefunden. Hassan hat noch eine. Wir müssen sie finden. Zwei haben wir gefunden? Sie wussten es. Wieso? Jeder hat Geheimnisse, Captain. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke. Es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur zwei gefunden. Es gab drei. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit ihnen, hä? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss. Und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John. Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich nochmal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie. Sonst... Jetzt. Dieser Kampf geht gegen unsere Leute. Wir sind nicht 1-4-1 oder Los Barqueros dabei. Wir sind ein Team. Ghost Team. Das muss safe der Brite aus MB1 sein. Also MB1 Remake. Meine Truppen kennen die Fuerzas-Speciales-Anlage besser als Shadow. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht, sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Basses mit zwei Ghost Teams. Team 1 bestet aus Captain Price, Gas, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Barqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Heli. Mein Pilot bringt den Käpt'n rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Eingangsdorf feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves fortgempfen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier. Wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Gas und ich Valeria suchen und in Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus für den Ghost zum Tunnel. Okay, Ghosts funktionieren noch. Verstehen, wie hast du euer Status? Ein Kilometer vom Tor mit Zopf und Ghost. Okay, durchschalten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Okay. Gibt Deckung. Abmarsch. Feuerstrahl, Hermannus. Also, dadurch, dass ich halt eben das gerade schon mal spielen musste, aber wie gesagt, das Game Up crashed ist, weiß ich jetzt natürlich schon unfairerweise, was ich wie zu machen habe. Fall. Alarme. Vermutlich mit Sprengladungen verbunden. Pinze Guero Graves. Mal sehen. Werfro. Hm. Verdammte Scheiße. Bist du einen Spießhoten nach? Wir werden sie entschärfen müssen. Roger. Cuidado. Hmhm, hmhm, hmhm. So, einmal entschärfen. Da kommen sicher noch mehr. Warte auf das Geräusch. Die Letzer bewegen Sie's. Die Räume blockieren Sie. Wir können das abpassen. Gute Idee, Cover. Ich hasse sowas in meiner Basis. Wenn wir Grace finden. Dein Auftritt, Grace. Hab sie. Da kommen sicher noch mehr. Halt euch vor. So, hier vorne ist ein Tanz, der... Der Laser. Erinnerst du dich ans Training, Bakero? Wie könnte ich das vergessen, Commander? Wir wurden gut ausgebildet. Haha. Du bist ein guter Soldat. Wenn das hier vorbei ist, kochen wir Alpastor auf meiner Rand. Weiter. Die Tür da. Geh nach links. Psst. Wir sind nicht allein. Schade aus. Wie viele? Drei. Nimm den Kerl rechts. Wenn die Shotgun Schally drauf hat, dann gönne ich mir die doch. Der Reeves hat Fallen gelegt, hat die Codes nicht geändert. Er hat nicht mit uns gerechnet. Was ist hier drin? Da kommen wir in den Zeitgeschoss. Achtet auf weitere Ladungen. Hört ihr das? Rauchgranate werfen Gas. Wieder richtig, Captain. Nach dir. Guck dich da runter. So viel passiert wäre, wenn der mir in den Laser gefallen wäre. Gehen wir. Wir haben nach geradeaus auf der Restenseite. Wenn alle Kandrosse vorspielen können, kann ich das auch. Hep. Oh, ich kann mich nicht vordringeln. Boah. Die ist so unartend, nach einem Schuss schon nachzuladen, ne? All right. Ich markiere. Choo-choo, Motherfucker. Oh, das ist jetzt hier bei mir, oder was? Ja, da sollte die landen. So, dann lassen wir mal Price Wir müssen jetzt noch ein bisschen rumballern. Alter, das gibt's doch nicht. Wo kam der denn jetzt aus der linken Seite her? Da war halt... Ich hab niemanden gesehen. Niemand. Okay, fairer Checkpoint. Ah, die sind da gespawnt in dem Moment. Jalel. So, Luftunterstützung ist bereit. Nicht Bewegung. Feueranfrage. Ziel markiert. Erfassen. Geschosse unterwegs. Verstanden. Unter beschütz. Ziel für Abschuss markiert. So, wollen wir die nächsten. Nehme ich die Shotgun wieder gerade mit? Die sind noch voll. Wollen wir doch mal nachrücken. Warum will ich denn mit der Shotgun auf die Entfernung schießen? Bin ich lackgesoffen? Ziel markiert. Feuer wird erfasst. Geschosse unter Wind. Der Turm da könnte uns mehr ans Hauptquartier bringen. Geht durch die Unterkünfte zum Hauptquartier. Hat in dem Moment, wo man die Waffe wechselt. Das ist so der klassische COD-Moment, ey. Junge, Junge, Junge. So, Bravo 6. Bereit für Feuermission. So, mal gucken, wo wir reinschießen. Nachladen, ducken. So, Luftunterstützung ist bereit. Neven, lad doch nicht nach. Er lädt halt trotzdem durch. Man, lad doch nicht nach, Mann. Bruder. Bereit für Luftunterstützung zu aufmarkieren. Fehl markiert. Feuern wenn bereit. Fehl erfasst. Schüsse abgefeuert. Da unten ist keiner. Zumindest keinen Hitmarker bekommen. Auf die... Na? Auf die Flash. Oh. Ich sehe sogar seine Maske und schieße ihm ins Gesicht. Sehr ungehobelt von mir. Wir sind eingedrungen! Ich sehe ihn nicht. Kurz mal nachschilden, wenn ich schon mal sowas hab, dann solltest du es auch nutzen, ich weiß gar nicht, ob ich das die ganze Zeit einfach übersehen hab. Ach, so steig ich ein, bei einem schwarzen Bildschirm. Okay, also das ist der Checkpoint, der ist valide. Und den nehm ich so an. Immer noch 46 Schuss drin und ich lad nach, muss ich mir so abgewöhnen, ey. Hier. Und bitte Feuerunterstützung, Ziel markiert. Der ist halt draußen mal ein bisschen aufräumen. Ziel für Abschuss markiert. Ziel erfasst, passen frei. Ziel erfasst, greife Position an. Schon wieder, 62 Munizieren, ich lad nach. Ich mein, es wird ja nicht drastisch viel weniger, aber... Verstanden, außer Beschuss. Das kostet halt Zeit, ne? Hier noch Munition. Wo schießt du hin? Was seh ich da nicht? Was soll ich sehen? Was soll ich sehen? Ich mein, die Fenster gehen halt auch nicht kaputt. Nicht nur. Feueranfrage! Position markiert. Verstanden. Greife der Amtszieher. Das ist das Verheiratungs-Spezialis-Gemalt. Breis könnte drin sein. Eure Schlage bieten auf den Kopf von dir. Was soll das da bleiben? Kim. So, check diese Tür. Welche Türen soll ich checken? 30 Meter. Sergeant, versuch den Eingang. Ah, jetzt sind wir bei den beiden. Ich habe ein 10 Minuten angeschickt und jetzt melden Sie sich nicht mehr. Wir können nachsehen. Negativ. Position halt. Ich will alles abgeriegelt haben. Wenn jemand hier ist, sollen Sie für uns kommen. Eins Ende. So, wo? Das war doch mal schön. Lassen wir die Fahrzeuge als Dekom und den Garten. Aufpassen, sehr das kommen durch. Hast du beahnt, dass Graves was ausgeheckt hat? Zwei auf dem Dach. Besuch, sieh dich nicht mehr. Kontakt! Wir lenken den Dichter! Das wird nicht gut ausgehen, das wird nicht gut ausgehen. Das hätte doch mal ganz gut ausgegangen. Haben wir wieder was gelernt, ey. Ja, Entschuldigung, da musst du mal kurz niesen. Ja, Vorsicht, die Haus- und Juni ist aufhören. Bravo 6, Gas, der Code. 637. Paladin ist in einem Container, der im Hangar in der sie wird gut bewacht sein. Gehen wir leise vor. Wir haben einen Angriff-Team am Hauptquartier. Wir brechen durch. Wir sollten als Verstärkung mit reinzirren. Warte, 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 warte. Schau, ich gehe wieder nach Hause. Kein Bock mehr, weil ich einen scheiß Krieg hier. Was war das denn eben? Dieser da? Open up! Jackpot! Jetzt sichern wir die Position, bis Ghostsop und Rudi Graves hauen. Gestern Bravo 6, Gefangene sicher. Roger, lasst abbleiben. Wir holen uns Graves. Brodolfo, die Türcodes? Nein, er hat was klein, wenn nicht Stärkeres. Versperrt. Rudi, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alles da drinnen. Wenn ihr Graves seht, ausscheiden. Hey, Rudi. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbringen. Drei, zwei, eins. Einsatz. Kontakt! Erster Stock! Er haut ab. Ihm nach. Los, los, los! Einer wechselt das Neue! Okay, die Headshots bei den Bots, die sind da. Boah, guck mal, ich hab jetzt nachgeladen, als ich elf Schuss hatte. Aber hieß der nicht eigentlich Alex im, äh, in Modern Warfare 1? Ja, super. Wow. Hätte ich das auch gehabt. Ach, ja, okay. Los, los, los! Erster Stock! Bin willkommen! Zum Kontrollraum, da ist ein Ausgang an der Rückseite. An alle Einheiten. Achtung, Graves ist über die Mauer. Okay! Wir sind getroffen! Wir sind getroffen! Price! Wir stürzen ab! Wir stürzen ab! Heilige Scheiße! Captain! Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Rodolfo, was ist auf der anderen Seite? Das Trainingsgelände. Ich hab dich. Weiter! Machen wir das Arschloch fertig. Sei doch nicht so rum, so. Das ist der Einzige, der hier so überdimensioniert laut ist. Ghost, kommst du? Nein. Price und der Pilot brauchen Hilfe. Macht ihr zwei das. Da! Das ist nicht uns, hat er. Heilige Scheiße, Graves hat ein scheiß Panzer! Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu gejagten. Wenn das kein Arschwind ist. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Zieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Ombres angelegt, McDevish. Komm raus und lass uns drüber reden. Wartet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg Fikos. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Fick dich, Graves. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, Soap. Das mag ich an dir. Du bist Shepherds Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Wartet mal, welche ich wähle. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, Soap. Du und das Arschloch mit der Maske, die sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war im Käfig. Diese Haus habe ich abgebreitet. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Zieh dich um, Soap. Hier sollte irgendwo C4 sein. Seh'n der es. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Weißt du nicht, das geht ja direkt hoch. Hä? Also okay, die ersten beiden sind direkt bei Kontakt detoniert, was schon irgendwie seltsam ist. Sie sind hierherentscheid, Johnny. Ich werde Tequila schnissen und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch unbehaupten. Das ist unser Kost! Denk los, die 4-4-1-Sendigo-Amigos! Er ist nicht richtig! Elos, Sie sind nicht gut, wenn Sie es komplett ist! Die Freunde werden die Vacherten sagen, dass sie einen heißen Kartoffel verletzen, verstehe ich? Gott getroffen! Scheiße, von hier oben könnte ich nochmal irgendwie viel gebrauchen. Das habe ich da hinten, ist noch eine geschlossen. Ui, 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 hey Mann. Jetzt werde ich aber langsam sauer hier. Ja. Das war's für heute. Okay. Also irgendwie wird es gerade ein bisschen weird. Wenn ich sterbe, dauert es ewig, bis ich... ...wieder neu ins Spiel reinkomme. Okay. Da hab ich mich wieder gerippt, ey. Junge, Junge, Junge. Wow. Die ganze Basis ist halt eigentlich auch nicht mehr benutzbar, ne?